Hey Freunde, kommen wir zum Seasonwoche 14 Auftrag, springe von einem Sturzpolster ab und falle mindestens 9 Stockwerke tief. Das einzig Schwere an der Aufgabe ist, ein Sturzpolster zu finden. Ich empfehle euch, guckt hier einfach bei Rave Cave, beziehungsweise ringsherum, ob dort irgendwo ein Sturzpolster ist. Denn dort an der Stelle haben wir einen Haufen Kisten und auch einen hohen Punkt, von dem wir 9 Stockwerke tief fallen können. Denn sobald wir dann jetzt hier unser Sturzpolster gefunden haben, in meinem Fall jetzt hier über eine Truhe, schnappen wir uns das Ding und bewegen uns jetzt an einen hohen Punkt. In meinem Fall mache ich das Ganze vom Bärenkopf aus, zur Sicherheit. Am Bärenkopf angekommen, schmeiße ich das Teil jetzt hier einfach nur hin und springe dann nach vorne weg. Zack, jetzt nach vorne weg springen. So, und wie ihr seht, waren das locker 9 Stockwerke. Und wie ihr seht, ist der Auftrag damit dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao!